Der Trento Top Design Abfallsammler von Hilo sieht schick aus und ist durch das einzigartige Müllbeutel-Klemmsystem überaus praktisch. Der Trento Top Design hat viele Vorteile. Einen sehr weit öffnenden Deckel, einen ergonomischen Metallbügel für die Fußbetätigung, einen Geräuschdämpfungsklipp im Deckel, 16 Liter Fassungsvermögen oder 26 Liter als Trento Top Design 26 mit verzinktem, feuerfestem Inneneimer. Beim Trento Top Design 16 wird der Müllbeutel mit einem Klemmring befestigt. Einfach den Beutel einhängen, festklippen, fertig. Überhängende oder reinrutschende Beutel gehören der Vergangenheit an. Trento Top Design und Abfallsammeln bekommt den richtigen Kick. In vielen attraktiven Farben erhältlich. Trento Top Design von Hilo R. 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 R